Heute ist Vatertag, doch es ist immer das Gleiche. Papa, guck mal die Blumen. Können wir mal wieder was zusammen machen? Ja, wir beide machen jetzt mal richtig was zusammen. Kommt in den Cube Store in Göttingen. Schau mal, würde dir sowas gefallen? Ja. Guck mal. Was kann ich euch Gutes tun? Wir suchen ein Fahrrad für meine Kleine, genau. So, dann probiere es gerne mal. Ich halte dich einmal kurz fest. Oh, du bist aber schon groß. Dann fahr mal ein Stückchen. Wow. Ich denke, das passt. Perfekt. Aber weißt du was? Ich brauche sowas. Endlich haben wir wieder ein gemeinsames Hobby. Holt auch ihr euch ein Partnerset. Bei uns im Cube Store in Göttingen oder Hildesheim.